Kennen Sie die Situation, wo ein Dieb zum Beispiel wegrennt und ganz laut schreit, haltet den Dieb und auf jemand anderes zeigt? Man sieht das auch manchmal in Spielfilme, wo halt der Täter wegläuft, wegrennt und dann halt ganz laut schreit, da hinten ist der Täter, das ist derjenige, der das gemacht hat. Ablenkung, Ablenkungsmanöver. Ablenkung und Ablenkungsmanöver sind ganz alte psychologische Tricks, absolut nichts Neues. Es gibt es eigentlich wahrscheinlich seit immer, seit es Menschen gibt, seit man sich überlegen kann, was man machen kann, um Menschen abzulenken, um Menschen auf die falsche Fährte zu führen. Betrug funktioniert ja immer nur dann, wenn ich nicht merke, dass es Betrug ist. Wenn ich gemerkt habe oder merke, dass es Betrug ist, da ist der Betrug vorbei, der Betrug ist zu Ende und ich kann anfangen, den Scherbenhaufen aufzuräumen oder auch nicht, je nachdem, ob ich Opfer geworden bin oder nicht. Wenn ich den Betrug merke, dann ist es zu spät, dann hat er schon stattgefunden. Ja, ansonsten wäre es kein Betrug. Das ist ganz einfach. Mir fällt in letzter Zeit verstärkt auf, dass wir eigentlich in Deutschland, nicht in letzter Zeit, aber schon seit Monaten, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, dass wir eigentlich überhaupt keine funktionierende, vernünftige Opposition haben. Die haben wir nicht. Es gibt eine einzige Partei, von der man sagen könnte, ja, dass sie ein bisschen Opposition führt, aber es gibt keine funktionierende Opposition. Alle ziehen am gleichen Strang, alle sind mehr oder weniger der gleichen Meinung, mit ein kleines bisschen anderen, unterschiedlichen Nuancen, aber eigentlich ziehen sie alle am gleichen Strang. Das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt übrigens auch in den Niederlanden. Die Opposition, die man sich auch dort gewünscht hatte, die ist irgendwie nicht so richtig da. Die traut sich nicht, die macht nichts, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die haut auch nicht auf den Putz, die macht mal so ein paar kleine Aktionen und dann ist es schon wieder vorbei. Sehr, sehr eigenartig. Aber es wird Opposition gemacht in den Medien. Es wird abgelenkt, Ablenkungsmanöver, meiner Meinung nach. Immer wieder fordern Journalisten, Journalisten der gängigen Medien, sie fordern immer wieder eine härtere Gangart hinsichtlich bestimmter Informationen, hinsichtlich auch bestimmter Parteien. Sie fordern eine härtere Gangart, vor allen Dingen auch von den öffentlich-rechtlichen Medien. Sie fordern, dass da mehr zugegriffen wird. Übrigens auch Politiker, nicht nur Journalisten fordern das, auch viele Politiker fordern das. Also, da sind doch einige, die immer wieder twittern und immer wieder sich vorne anstellen gegen Dinge, die man nicht mehr sagen darf oder nicht mehr posten darf. Ich hatte das ja in einem anderen Video schon erzählt. Wem glauben Sie mehr? Glauben Sie demjenigen, der Ihnen sagt, Sie dürfen alles sagen, Sie dürfen alles teilen, Sie dürfen alles schreiben, solange es natürlich nicht verletzend ist, diskriminierend ist, solange es nicht anderen Menschen schadet. Das ist ganz klar. Oder anderen, nicht nur anderen Menschen, sondern auch, wenn Sie aufrufen zu Gewalt oder sonstigen Dingen. Das schadet natürlich. Das ist ganz klar. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Aber das, wo wir jetzt im Augenblick da sind, und das ist 99% der Bevölkerung, gehört nicht zu diesen Menschen, die so etwas tun. Da bleibe ich bei. Es wird ein Problem kreiert. Es entsteht ein Riesenluftballon. Es werden auch Straßen vollgeschrieben mit irgendwelchen Sprüchen über Dinge, die wir alle nicht machen sollen, wo wir alle gegen aufstehen sollen. Meiner Meinung nach sind das, zumindest in Deutschland und schon gar nicht in den Niederlanden, gefühlte Probleme. Übrigens auch in Frankreich und in Belgien. Und das sind nur in einem ganz kleinen Bereich. Meistens hängt das auch nicht damit zusammen, dass es einfach schlechte Menschen sind, sondern meistens einfach nur damit, dass das soziale Brennpunkte sind, wo dann viele Menschen zusammenkommen aus unterschiedlichen Kulturen, die alle im gleichen wackeligen Boot sitzen, die alle im gleichen mini kleinen Ruderbötchen sitzen. Und meistens übrigens, interessanterweise, stelle ich dann auch fest, dass da trotz allem dann eine große Solidarität ist. Ist auch wirklich ein interessantes Phänomen, aber ist ein anderes Thema. Ja, dieses Ablenkungsmanöver, Ablenkung von den wirklichen, von den echten Themen, das findet statt. Und seit einigen Monaten findet das verstärkt statt. Immer wieder wird ein neues Fässchen aufgemacht. Immer wieder gibt es neue Dinge, um die wir uns kümmern müssen, wo wir einschreiten müssen, wo wir auch aufstehen müssen, weil es ungerecht ist, weil wir ja gute Menschen sind. Und es sind, wie gesagt, meiner Meinung nach sind es Ablenkungsmanöver, weil es sind keine großen Probleme. Und in der Zwischenzeit wird hinter den Kulissen einfach weitergearbeitet an dem großen Plan. Der große Plan, der übrigens schon seit vielen, vielen Jahren da ist und der auch schon seit vielen, vielen Jahren umgesetzt wird. Ich erwähne es nochmal. Ich glaube nicht, dass wir zurückgehen in die Situation, die wir einmal kannten. Die Niederländer nennen es ja auch, also es ist wirklich, das hat Rütte geprägt. Oder ich glaube, der Gesundheitsminister hat nie mehr normal. Die neue Normalität. Anderthalb Meter Abstand ist die neue Normalität. Masken jetzt in den Niederlanden bis jetzt noch im öffentlichen Bahnen und Bussen, Straßenbahnen, ist die neue Normalität. Hat nie mehr normal. Es ist die neue Normalität. Wenn ich das Wort normal, Normalität benutze, dann ist klar, dass sich da nichts ändern wird. Dann ist doch ganz klar, dass das vorläufig nicht wieder zurückgedreht wird. Hat nie mehr normal. Die neue Normalität. Es wird also so bleiben. Davon gehe ich aus. Und ich denke, es ist erst der Anfang. Es ist lange geplant. Es wird ja auch nicht die letzte Krankheit sein. Wir haben, seit es Menschen gibt, gibt es Krankheiten. Und seit es Menschen gibt, sterben Menschen. Auch Tiere sterben, Pflanzen sterben. Es verändert sich alles. Die Erde hat bis jetzt alles mitgemacht. Wir sind hier nur wirklich ein ganz kurzer Pups, wenn man so will, Pups oder ein Sandkorn im großen Getriebe. Ganz kurze Zeit sind wir hier und wir werden alle sterben. Trotzdem ist unsere Angst übrigens vor dem Sterben ganz extrem groß. Wenn Sie mal hingehen und Sie fragen Menschen. 99 Prozent der Menschen hat sehr viel Angst vorm Sterben. Auch das, denke ich, ist ein Teil unserer Erziehung, unserer Bildung, unseres Systems. Man macht uns Angst. Wir haben ja auch Religionen. Wer kann schon von sich behaupten, dass er noch nie eine Sünde begangen hat. Dass er noch nie etwas gemacht hat, was nicht darf. Das kann niemand von sich behaupten. Nicht auf dieser Erde. Kein Mensch auf dieser Erde. Und es ist meiner Meinung nach auch nicht gewollt, weil wir unsere Aufgaben erfüllen müssen. Und manche schaffen das besser und andere schaffen das schlechter. Und jeder schon als Kind hat mit Sicherheit schon mal etwas gemacht, was nicht so toll ist. Deswegen ist natürlich bei uns allen auch diese Angst da. Und ich kenne das, weil ich bin in einer katholischen Schule aufgewachsen, die Angst vor diesem, ja, das Böse, dieses Feuer, wo man dann reinkommt. Als Kind hatte ich da riesige Angst davor, weil es immer wieder von den Nonnen erzählt wurde, wo man hinkommt, wenn man was Böses macht. Ja, deswegen hatten wir auch wirklich ganz große Angst davor. Und sei es nur ein Bonbon aus dem Schrank der Mama zu nehmen, sogar das wurde uns ja gesagt. Also es ist Psychoterror. Also wirklich. Das dauert lange, ehe man darüber hinweg ist. Und da muss man schon wirklich hart an sich arbeiten. Aber irgendwo tief im Inneren, ganz tief im Inneren, bleibt so ein kleines bisschen von dieser Angst stecken. Und ich weiß es ja auch nicht genau. Womöglich ist es ja doch da. Und womöglich habe ich doch ein Bonbon zu viel gestohlen oder mal eine Freundin beschimpft oder was auch immer. Oder nicht gemacht, was meine Eltern wollten. Oder noch ganz andere Dinge. Einige haben ja auch noch ganz andere Dinge gemacht. Und ich sage ja auch immer, der Schöpfer wird alle auf die Matte rufen. Ich nenne es aber Karma und heute bin ich davon überzeugt, das sind nicht die kleinen Dinge. Es sind einfach die ganz, ganz, ganz großen Dinge, wo ich planmäßig schon auf lange Sicht bestimmte Dinge ausführen möchte, die der Menschheit schaden. Es geht um die großen Dinge. Die kleinen Aufgaben sind da, um sie zu meistern. Die bekommen wir auch. Manchmal auch negative Dinge. Negative Dinge in unserem Leben passieren, weil wir daraus lernen sollen. Weil wir Aufgaben meistern sollen. Das ist ganz klar. Also wir müssen kleine negative Dinge auch meistern. Und dann, wie heißt es immer so schön bei uns Frauen, Krone auf, aufstehen, Krone auf und weiter. Und genau so funktioniert es. Aufstehen, Krone auf und weiter. Diese Ablenkungsmanöver, die versuchen natürlich auch dafür zu sorgen, dass wir uns nicht um die Dinge kümmern, die wirklich wichtig sind. Man versucht uns abzulenken mit anderen Dingen. Und man versucht uns einzureden, dass wir womöglich keine guten Menschen sind, weil wir anderen Menschen schaden. Weil wir nicht genug womöglich auch getan haben, um sie zu schützen. Das kann jeder nur für sich selbst entscheiden. Ich kann nur hier sagen, lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen einreden. Sie wissen selbst, wer Sie sind und Sie wissen selbst, was Sie tun. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin davon überzeugt, dass 90 und wenn nicht sogar 99 Prozent der Menschen um uns herum vom Grund auf gute Menschen sind und nicht absichtlich andere Menschen verletzen werden oder würden. Davon gehe ich aus. Es geht hier um ganz andere Dinge. Es geht um die Umsetzung einer Geschichte, die wirklich jetzt alles braucht. Und deswegen müssen wir bei uns bleiben, in unserer Energie und sehen, was stattfindet und dann dementsprechend handeln. Das wird von uns erwartet.